Moin, heute geht es zu Iquitana und schaut mal, es liegt Schnee, oh mein Gott, im März. Ich habe mir jetzt den Alfie geschnappt und werde ihn jetzt einflechten. Das ist noch ganz schön duster. Das Schöne ist ja, dass wir so ein Solarium haben. Bei der Kälte ist das Einflechten darunter vor allem für die Hände sehr viel angenehmer. Alfie ist fertig eingefluchten und schön warm eingepackt. Jetzt kann er erst mal noch in die Box und dann werde ich jetzt mal Lia wecken. Die liegt bestimmt noch im Bett, damit die gleich auch fit ist für ihren großen Auftritt. Moin, Leute, es ist wieder soweit. Die Iquitana steht an und so wie im letzten Jahr werden Lea und ich mit Alfie und Delly gemeinsam wieder einen Auftritt haben im großen Ring. Also, das ist jetzt unser drittes Mal da drin. Das erste Mal ist schief gegangen. Das letzte Mal war eigentlich ganz gut. Mal sehen, wie es diesmal wird. Alfie ist auf jeden Fall schön fernig. Er möchte wieder zu Hause bleiben, glaube ich. So häufig verreisen wir ja nicht. Ich will bei den anderen bleiben. Wir sind auf der Iquitana angekommen. Mama ist jetzt direkt mal rein zu so einer Pferdeanmeldung. Da muss man, glaube ich, mal so ein Gesundheitszeugnis, so heißt es, glaube ich, abgeben und den Pferdepass und so. Und ja, genau. Die kontrollieren hier immer alles richtig gut und dann können wir Alfie gleich ausladen. Und dann bezieht er erstmal seine Box. Jetzt wird erstmal eingestallt. Mal gucken, wo Alfies Box ist. So, Alfie ist angekommen in seinem Stall. Ich glaube, er ist sehr zufrieden. Er ist eh eigentlich einer, der jetzt nicht so aufgeregt ist. Und ihr könnt hier auch reinschauen. Klingt vom Wasser und einfach natürlich Holz. Das Allerwichtigste. Und wir haben ja auch schon alle unsere Sachen hingebracht. Ich hoffe, wir haben alles. Wir haben nichts vergessen. Da schauen wir gleich nochmal nach. Weil wir müssen den Transporter gleich wegfahren auf dem Parkplatz. Und deswegen muss alles hier sein. Haben wir alles, Mama? Ich hoffe. Sattelgurt habe ich eben schon gedacht. Oh, den auf keinen Fall vergessen. Ich hoffe, du hast alles sonst in der Tasche hier. Ja. Ich auch. Laut Leas Live-Standort müssen die jetzt auch da sein. Aber ich guck mal, wo die jetzt sind. Irgendwo hier sind sie auf jeden Fall reingefahren. Wenn der Standort stimmt. Sagen wir mal. Hier sind sie nicht. Ach, Mensch! Sagen wir mal. Ich glaub's ja nicht. Ich bin schon ready to rum. Ich dachte gerade. Ich hab's glaube ich live auf Kamera. Aber ich dachte, da ist sie nicht. Ja, sag mal. Da bin ich. Ihr habt sie nicht erkannt. Ja, ich bin fertig schon. Ach so. Weißt du, was wir gerade gemacht haben? Wir sind hier nicht hingekommen. Weil hier so ein Stau war. Wir haben einfach mitten auf der Straße irgendwann abgeladen. Ja, super. Haben den Welle hier hingeführt. Das finde ich gut. Ja, jetzt bist du hier auch. Aber du. Wir sind schon komplett fertig. Weil wir dachten, wir schaffen's nicht. Haben wir uns schon angezogen und alles. Oh mein Gott. Ja, so ist das. Let's go. Müsst ihr noch zur Pferdeanmeldung? Was machst du denn jetzt? Sag mal. Wir haben gerade eingestellt. Ich hoffe, ihr steht neben uns. Ja, du. Wir sind hier schon fertig. Wir sind hier schon gesammelt. Wir dachten direkt in den Ring. Wir würden nicht schaffen. Ah! Da vorne geht's rein. Ja, ich bin ehrlich. Ich glaube, die zwei sind hier. Glaub ich auch. Wir haben's auf Video, Lea. Halt dich fest, Lea. Kommen wir nun zu zwei Damen. Beide sind 17 Jahre alt. Beide haben sich schon relativ früh der Arbeiter auf Social Media verschrieben. Die eine ist auf YouTube, Instagram und TikTok als Hey Horse, Leas Pony Team und Hey Lena. Die andere kennen viele mit dem Social Media Account, Lea und Alfie. Gemeinsam haben sie ein kleines Pratteteur, ein kleines Schaubild eingeübt. Auf das für uns freut ihr im Wohnzimmer der Equitar bei der Weltmesse des Pferdesports. Und ich würde sagen, genug der Vorrede, Vorhang auf für Lea und Lena. Auf Wiedersehen! Ok. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.